Das kann ja nur so sein, dass die in irgendwelchen Häusern dann liegen. Weil im Wasser war es ja nicht. Muss ich jetzt auch gerade echt überlegen. So, der einzige, der hier noch auf diesem festen Land ist, ist Merlin. Dann gehe ich mal bei denen in seine Bude. Eine Spielzeugeisenbahn ist aber nicht hier. Nö, bei Merlin ist es nicht. Wo könnte das dann sein? Hier sind drei Häuser. Da war es nicht. Ich kann ja mal bei Donald Duck gucken. Es war unwahrscheinlich, dass es hier bei dem ist, aber bei dem Spiel wundert mich ja nicht mehr. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal so alle Häuser. Dann werde ich jetzt bei Darkobert nochmal schauen. Dann bei mir im Haus. Bei Darkobert war ja mit ihm auch befreundet. Nur bei ihm weiß ich nicht, was wir zu verkaufen müssen. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Sammlung. Cool. Als wir hier schon ein paar Bilder freigestellt haben. Das ist cool. Inventar. Mal gucken. Ja, nicht so schlecht. Das ist in Ordnung. Das sieht aber schön aus. Okay. Wollen wir mal oben gucken. Ansehen, Ansehen, Ansehen. Mini-Eisenbahn ist hier auch nicht. Nö. Gibt es hier nicht. Ich gehe zur Geisenbahn. Ich gehe jetzt mal meinen Mickey Maus. Da könnte es auch sein. Das wäre sogar realistisch. Die ist da irgendwie auch total durchgeknallt. So. Genau. Dachte ich mir doch. Dachte ich mir doch. Dass das bei der sein kann. Ich gebe ja meinen alten Computerstudio. Weil ich an meine Mutter gegeben. Und würde sich besser einsetzen. Konnte. Jetzt brauchst du den ja nicht mehr. So. So. Höre Wally und Ariel zu. Während sie ihre Geschenke austauschen. Okay. Wo sind sie denn? Der geht jetzt hier runter. Dann komme ich ihm mal zuvor. Na. Da ist sie. Da ist sie. Seht ihr. Kann ich sie fangen. So. Jetzt bin ich mal wieder ruhig. Ein Augenblick. Ich mache mal kurz bei mir leisten. Schau. Ich mache mal kurz mit dem Film sz wheelchair. F페 Ich mache mal kurz. Okay. So, da bin ich wieder. Also die Menschen setzen sich Fingerhüter auf den Kopf. Habt ihr gesehen? Schlimm Fingerhüter auch hier beim Nähen. Ich weiß, die Jugend und die Kinder, also die Jugend von heute oder die Jungerwachsenen oder die 25-Jährigen von heute sogar schon, die kennen sowas gar nicht, weil die kaufen, werfen weg und kaufen neu. Aber meine Generation kennt noch Fingerköpfe, die man zum Nähen benutzt, damit man sich nicht in den Finger piekt. Und das setzen die sich hier auf den Kopf, erzählt die gerade. Das ist schon mal schon ein Highlight, ne? Okay. Kümmere dich um die Kugel. Das ist ja... Ja, würde ich ja. Aber ich glaube immer noch nicht, dass die fertig ist. Ich kann ja noch mal gucken. Ich kann ja immer noch mal gucken. Ich warte mir gerade schon seit Tagen da drauf. Dass ich die Mission endlich hier beenden kann. Ne, immer noch nicht. Gut, Aufgaben. Ich untersuche die Münzen dann im Inventar. Mache ich? Ähm, ey. Dann lass uns mal jetzt hier runter. Ich will jetzt wieder zu meinem Haus. Weil die Münze habe ich abgeworfen. Die Münze habe ich abgeworfen. Dann muss ich gleich mit Photoshop noch arbeiten. Na, Premiere. Um das Video fertig zu machen. Als kompakt. Und eins der Teile mache ich immer mit Movimaker, weil es schneller geht. Aber die Feinarbeit mache ich immer mit den... Ähm... Ja. So, mal gucken. Sieht schön aus. Und? Sprich mit Darkobert über die Erinnerung. Okay. Mach ich. Irgendwann haben wir ja keine Missionen mehr offen. Warten immer noch bis dieses... Bis diese Pflanze da endlich mal wächst. Aber solange mache ich diese kleinen Swizzards Aufgaben hier. Klar, ich könnte jetzt die abbauen und so weiter wieder verkaufen. Mach ich auch klein. Ähm. Da. Da ist... Sag mal, rennst du mir nicht weg? Was ist denn mit denen hier? So soll ich nicht erst angeln? Hallo. So. Ja, komm. Ähm. Die Schatzsuche. Freundlichen Dank. Okay. Auf Wiedersehen und bis bald. Freundlichen Dank. Untersuche die durch Erinnerung aufgedeckten Bereiche nach Hinweisen. Die Goldmünze. Bei der Untersuchung der Goldmünze wird dies jetzt zu einer Erinnerung. Die Frage ist, wie soll ich die jetzt untersuchen? Ist denn mein Inventar etwas? Eigentlich hat mich. Aber ich kann mir das Ganze wertvoll, den ganzen wertvollen Scheiß hier rausschmeißen. Das wäre schon mal ganz gut. Ich mache jetzt noch nicht mehr lange. Ich mache jetzt nicht mehr lange. So. Super. Dann die Anbausachen kommen wieder hier unten rein. Okay. Dann haben wir jetzt den Questgegenstand. Ich bin dein Vater. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ja, ich bin.